In diesem Sommer kommen Millionen Jugendliche nach Polen, um das größte Glaubensfest der Welt zu feiern. Wir berichten für euch live aus Krakau vom Weltjugendtag 2016. Auch im Internet über unseren Livestream und auf unseren Weltjugendtagsblog. Seid ihr dabei? Wir sind dabei! Maria, Stern der Neuevangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange.